Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Vor 30 Jahren brannte das Sonnenblumenhaus. August 1992, Rechtsextreme setzen das Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen in Brand. Schaulustige applaudieren. 30 Jahre danach mahnt ein Bündnis. Die Bilder vom Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen gingen vor 30 Jahren um die Welt. Im August 1992 versuchte ein Mob von Randalierern und Rechtsextremen teils unter dem Applaus von Schaulustigen vier Nächte lang, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, Zast, und eine Unterkunft für vietnamesische Arbeiter in dem Plattenbaufiertel zu stürmen. Die Polizei war völlig überfordert. Rechte Randale zieht tausende Schaulustige an. Das Pogrom begann am Abend des 22. August. Unter Deutschland den deutschen Rufen attackierten die Angreifer den elfgeschossigen langgezogenen Plattenbau. Die Erstaufnahme war damals völlig überfüllt, zahlreiche Asylbewerber mussten vor dem Haus kampieren. Zwei Abende später war die Zahl der Randalierer wie die der Schaulustigen auf mehrere tausend Menschen angewachsen. Zwar war die Zast kurz vorher evakuiert worden, aber nicht die Unterkunft der Vietnamesen im selben Gebäude. Mit Molotow-Cocktails setzten Randalierer mehrere Wohnungen in Brand.